Wenn ein Ackerfeld steht, darf ich jetzt nochmal hören? Oh, eine Sechse. Darf ich denn auch gleich nochmal würfeln? Mensch, jetzt sind wir schon hier vorne. Das ist ja super. Das kann man bestenfalls auf dem Ackerfeld nochmal würfeln. Achso, ja. Rot bitte. Ne, das war jetzt leider nichts. Der hat nur eine lasche Treibung geführt, wie es aussieht. Wir haben wieder eine Sechse. Hat sich da jetzt was getan? Hallo, ich bin auf das rote Feld gegangen. Hat sich da jetzt überhaupt was getan? Hat sich meine rote Figur bewegt? Das habe ich gar nicht gesehen jetzt. Dann machen wir gleich nochmal. Ich darf ja nochmal. Oder? Ach, ich kann mit Rot anscheinend jetzt nicht ziehen. Weil das zu viel ist. Na gut, nehme ich dann mal Grün. Und da habe ich den anderen schon wieder zurück am Anfang gesetzt. Na, das ist ja toll. Händenschwie sind ja hier ein richtig großes Mensch. Hier nochmal eins. Muss man mal gucken, was er da macht. Geht dazu. Die Hektar zu Stupfen. Übels Fiesen. Ja, das hat 2 brauchen wir. Das sind 4. Und das geht schon wieder nicht. Dann nehmen wir wieder grün. Okay, jetzt sind wir jetzt wieder dran. Ein 1, ja, dann nehmen wir ein Knopf wieder hoch. Da brauchen wir noch ein 1, dann können wir, haben wir unsere erste Figur schon im Häuschen. Juhu! Komm, ein 1, ein 1, ein 1. 4, na super. Das ist ja trotzdem nicht. Na gut, dann nehmen wir wieder Krul und das muss ja auch langsam mal nach hinten. Oh, da stehen ja schon Schlange am Ziel, das ist ja super. Der hat also einen Doppelwurf, das ist ja schön für ihn. Der kommt uns langsam verdächtig nach. Ich probiere jetzt nicht nur 1, 2 oder 2. Ja, das ist nur 3. Natürlich, aber gar kein. Super. Müssen wir plauden. Oh Gott. Oh nö, er hat mir ein rotes weggemacht. Das ist blöd, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nicht roten, ich wollte mich roten. So. Ich wollte Krul. Ähm, so. Geht das? Nein. Müssen wir plauden. Okay. Okay, er kommt aber auch nicht ins Zeug. Ja, ich habe einen Sitz gewürfelt, das heißt, ich darf dann noch mal auf meinen Schum zu hoffen. So, da das Blau gerade im Rennen ist, nehmen wir das Blau gleich mal wieder. Dann kommt das auch schon langsam in die Richtung nach da vorne. Und dann drehen wir nochmal. Da haben wir eine 2, das ist doch perfekt für den Grünen, falls man hier überspringen kann. Ja, ein Grün haben wir weg. Also, ein Steinchen von uns haben wir schon, denke ich, das ist doch super. Oder das ist ja auch ein Ackerfeld, man darf nur eben so noch einmal würfeln. Für die, die das Spiel gerade nicht verstehen, ich verstehe selber eigentlich, ich rede nur so viel über das Spiel, weil ich sehr professionell wirken möchte. Jetzt steht es aber wieder Gleichstand, weil da wird jetzt auch schon eins seiner Figürchen rausgebracht. Ich habe eine 3 und es sind noch genau 3 Felder bis zum letztes Baggerfeld für den Blau. Na, das ist ja super. Uh, super. So, dann müssen wir uns jetzt nur noch um Grün kümmern. Und bleibt uns jetzt gar keine andere Wahl mehr jetzt. Möge das Glück mit uns sein. Eine 3. Ich muss nur noch rot, rot, rot haben. Rot. Und der wird auch schon in der finalen Schlacht. 2. Oh Gott. Würfelt doch nicht so oft. Oh Gott, jetzt brauchen wir nur noch einen 1. Der ist auch schon mit seiner 2. Figur weiter. Aber ich habe jetzt eine 3. Und ich bin auf einem Ackerfeld gemacht. Ja, das ist ja schön. So. Und da. Eine 2. Und der bestimmt eine 1. Nee, eine 3 hat er. Ich darf mich jetzt aber nicht mehr einholen und mich rauswerfen, sonst habe ich mich vermissen. Ich brauche jetzt noch eine 3. Eine 3 wäre jetzt echt schwer. Eine 3 wäre jetzt echt schwer. Oh, schon wieder eine Eins, aber damit habe ich es nicht rausgeworfen. Das ist schon mal super. Und jetzt wohin nur eine Eins. Eine Drei. Eins, eins. Oh, schon wieder eine Drei. Wir sollten übrigens mal speichern. Vielleicht haben wir das nächste Mal. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht gut. Warum kriege ich den noch eine Tarte? Ich brauche eine Eins, verdammt. Ja, er kriegt die ganze Eins. Ist das Ding nicht irgendwo? Ich brauche das große Stäbchen da. Warum schon? Ich glaube, der kommt eine verdammte Harte. Nee, so nah. Eine Eins. Wir haben es geschafft. Ja, und das Ganze, was das jetzt bewirkt hat, ja, das Ding da geht einfach weg. Mondgesicht bleibt an der Wand liegen und schmult ein bisschen. Und dadurch haben sich jetzt hier auf den schönen Ackerfeldern diese Dinger nach oben getan. Jetzt können wir quasi von dem Ende vom Raum, also dem Ende vom Raum, hüpfen. Und das werden wir auch machen. Aber erst mal speichern hier. Ja, ich weiß, das hat jetzt sehr lang gedauert. Ich weiß nicht, ob es eine Folge oder zehn Folgen eingenommen hat. Gefühlt in zehn Folgen. Was diese blauen Pferde hier allerdings zudeuten. Ich weiß nicht, weil es sich nicht... Ich brauche jetzt nur wieder ein Berg hier hochzukommen. Und wie kann man da bestimmt jetzt auch wieder hoch... Ach ja, einfach hier irgendwo, die Treppen hoch. So, und schon hier. Perfekto. So, jetzt erst wieder springen. Ans andere Ende vom Raum, glaube ich. Da ist auch eine Leiter, sie fällt mir gerade auf. Wir erst mal zu der Leiter gehen sollten. Ich glaube, wir sollten erst mal zu der Leiter gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt schwierig war oder nicht. So, auf jeden Fall, dass sie nur Leiter die müde ich mir klettern. So, jetzt ist es an der Seite, ja. Ein secret. Ein secret. Aber ich bin mir die Beine. Gehört vom secret. So, für die, die von euch gerade nichts sehen. Fackel, wie immer. Und... Dings. So. Jetzt brauche ich eine Kunst, wieder gleich dazu springen. Oh Gott. Das war ja... Gut. Ich hätte gar nicht über diese Dinger springen müssen. Ich hätte auch immer über diese Ecken da springen können. Die müssen wir quasi hier nach vorne... Ich weiß gar nicht, ob wir den Tugung schaffen. Ich hoffe es mal. Lieber mal speichern. Kann man sich hier an der Wand eigentlich angeln? Das sieht so aus, aber kann man anscheinend nicht. Ich glaube es ist nicht... Ich würde ja nicht... Auf und zum nächsten... Auf und zum nächsten... Okay, das war schon... Ich sage, knapper, knapper... War das knapper? Das war knapper, knapper, knapper. So. Immer schön rumgucken, ob er eigentlich auch nicht an... Schöne Sachen liegen. Zurück. Da vorne. Fiss halt. So war das ja schon perfekt da oben. Oh Gott, da höre ich doch schon wieder eine Falle oder ehmliches. Hallo. Hallo. Oh Gott, ich dachte schon, mein Spiel wäre abgekackt, aber es hat anscheinend nur geladen. Oh, ich werde gerade ein Stein vom Herzen. Was sind das denn für schreckliche Geräusche im Hintergrund? Oh Gott. Hier geht es runter. Oh Gott, hier geht es auch runter. Oh Gott, wo gehen wir lang? Rechts oder links? Ich nehme jetzt einfach mal hier. Hier, ne? Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Oh Gott. 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 Oh Gott.